Blumenkotzen, Fahrrad, Treten, aber ich bin einfach auch mal der Mann fürs Unangenehme. Oh, auf seine Brust und dann nuckel ich da so ein bisschen rum. Das habe ich damals bei meiner Nachbarin gespielt. Fand ich damals immer ganz nice. Ja, das ist aber voll hier. Mein Fuß hat so eine krasse Luftauswirkung. Finde ich geil. Oh, schön gegen Wondner. Guck mal, da liege sie. Aber dafür sehr gesichtslos. Manchmal komme ich von hinten an und weiß nicht mehr genau wohin mit meinem Dicken. Ist das nicht relaxed? Einfach so gegen die Blanke. Ich will 20.000 Arme hoch. Ich kicke die Leute weg. Nice gemacht, aber du bist leider vor der andere Lande. Ja, ja, nice. Ich lieb's einfach. Ich würd einfach jetzt gerne ein Schlückle. Das mach ich jetzt. Ein Schlückle auf euch. So, wo haben wir denn hier ein ordentliches Gläschen? Das ist nicht was herrliches. Das ist was herrliches. Ein kleines Schöne auf. Ein kleines Schlückle. Ich hab mir hier was feines gemacht für euch da draußen. Hab ich aus dem Kühlschrank einen ganz feinen Tropfen mir geholt. Ja, das ist eindeutig Cola auf euch. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Eis gekühlt aus dem Kühlschrank. Der hält das Getränk auf einer leckeren Temperatur. Man muss das richtig schmecken.